Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um das Command Pattern. Das Command Pattern ist dazu da, um mal wieder einen Aufruf zu kapseln von einem anderen Objekt. Das hat zum Beispiel den Sinn, dass man etwa, naja, sagen wir mal Konfigurationsdateien mitliefern kann oder vielleicht einfach nur an einem speziellen Command arbeiten möchte. Das heißt an einem speziellen Algorithmus und den vielleicht leicht austauschen möchte. Und diese Konfiguration möchte man natürlich dann sehr, sehr leicht haben. Das heißt, man kann hier wirklich gut den Aufruf kapseln und es ist eigentlich auch ein sehr simples Pattern. Im Endeffekt passiert folgendes, der Invoker bekommt mitgeliefert, was für ein, ähm, oder der Invoker ruft einfach nur Command. Also das heißt, er weiß gar nicht, welche Unterklasse hier verwendet wird, logischerweise. Und der Invoker sagt dann einfach Command.exec, also execute im langen ausgeschriebenen Fall. Und ja, das passiert dann einfach automatisch. Das heißt, es wird automatisch hier die Subklasse ausgewählt. Je nachdem, was eben der Invoker hier für eine Subklasse geliefert bekommt, ruft er dann jeweils eine andere Funktion auf. Und in dem Fall ist das hier der Receiver und bei ihm die Funktion Action. So, und der Invoker weiß überhaupt nichts von der Receiver-Klasse hier unten. Die haben sozusagen überhaupt keine Verbindung. Nur der, das Command-Pattern hier, beziehungsweise der Command-Block hier oder die Unterklasse müssen wissen, was für eine, ähm, was für ein Objekt und was für eine Methode aufgerufen werden soll. Der Invoker muss nur das Command-Pattern an sich kennen. Und so hat man die Dinger entkoppelt und kann damit auch Aufrufe sehr, sehr leicht kapseln und natürlich auch erweitern oder austauschen. Und all diese Dinge kann man dann natürlich super machen. Okay, und ja, das ist auch wirklich schon der Sinn dahinter. Das ist auch eigentlich schon das ganze Pattern. Ziemlich leicht dieses Mal, aber es ist auch ein ziemlich Basis, sag ich jetzt mal, Basis-Pattern, weil man es relativ häufig braucht, damit man auch super irgendwelche Aufrufe entkapseln kann. Und ja, dann kann man zum Beispiel auch natürlich solche coolen Dinge machen, wie in der Class 1 einfach die komplette Konfiguration für den Receiver einlesen und verarbeiten. Der Receiver muss nur noch hier Action aufrufen. Das heißt, man kann die komplette Konfiguration in die Klasse 1 auslagern, wenn dieser Aufruf zum Beispiel sehr komplex ist. Ja, und das ist auch wirklich schon alles, was ich zu sagen habe dazu. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!